Gut okay, bei mir daheim auf der Couch sitzt der Ding. Ich glaube, den ruf ich mal kurz an. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Also, ist klar, der Ding hat natürlich schon einen Namen. Aber ich hab mir das einfach angewohnt, weil eine Freundin von mir auch immer sagt, du, wie läuft's mit dem Ding? Ja, sie meint halt, weil man muss sich den Namen nicht merken. Ja, meistens hat sie auch recht. Ja, meistens hat sie auch recht.